ja dann habe ich noch eine dampflok der bauch f24 gekauft auch aus guss logisch auch von tricks express ja eine schöne alte alte gusslok also mir gefällt die auch gut und die fährt auch etwas besser als die andere natürlich gut weiß nicht wie sauber ist die schienen sind aber die habe ich alle gereinigt und das ist ja nur ein ganz kurzes stück also wenn man da mal richtig fahren kann dann funktioniert auch alles deutlich besser ja das sonst jetzt erst mal wieder von mir gewesen sein tricks express sachen werden wahrscheinlich in der nächsten zeit noch einige angeschafft werden ich weiß jetzt noch nicht genau was ich will jetzt auch nicht hunderte von euro immer versenken das kommt immer darauf an auf die angebote was es so gibt und das kaufe ich meistens bei ebay oder ebay kleinanzeigen und ja das war es jetzt erst mal wieder von mir und ich wünsche alle noch einen schönen sonntag